Nachdem ich dir in einem separaten Video bereits gezeigt habe, welche Fehler leider sehr häufig im Zuge von Wertberichtigungen bei Lieferforderungen passieren, geht es im heutigen Video um Abschreibungen bei Inlandsforderungen. Auch hier wird leider viel falsch gemacht und damit bei Prüfungen wertvolle Punkte liegen gelassen. Nicht mehr nach Studium dieses Videos. Bleib also unbedingt dran! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Poo Education. Heute geht es um die vier meistgemachten Fehler, wenn es um die Abschreibung von Inlandsforderungen geht. Zum Thema Wertberichtigung bei einer Inlandsforderung habe ich bereits ein eigenes Video erstellt. Ich verlinke es dir nun hier oben. Heute geht es quasi um das Gegenstück, nämlich nicht um eine Wertberichtigung, sondern um eine Abschreibung. Was genau der Unterschied ist, das wirst du gleich erfahren. Schauen wir uns am besten gleich einmal das hier vorliegende Beispiel genauer an. Wir haben hier es wieder mit der Max Neuhuber GmbH zu tun und wir haben erneut einen Auszug der Saldenliste. Wir sehen die gebuchten Lieferforderungen auf der Sollseite, das Konto 2080 Einzelwertberichtigungen zu Lieferforderungen in Land, das einen Wert auf der Haben-Seite von 4.200 Euro aufweist. Der Sachverhalt ist nun folgender. Von der Forderung gegenüber der Hannes-Müller-KG in Höhe von 7.200 Euro, ich hoffe du erinnerst dich noch, das ist quasi das Fortsitzungsvideo aus dem eben angesprochenen Video zur Wertberichtigung, sind 20% eingegangen. Dies wurde am Bankbeleg 102 bereits verbucht. Nun erfahren wir, dass der Rest leider vollkommen uneinbringlich ist. Hier müssen wir uns zunächst einmal die Frage stellen, was denn hier überhaupt zu tun ist. Müssen wir eine Wertberichtigung oder eine Abschreibung durchführen? Schauen wir uns die dazugehörigen Formulierungen einmal genauer an. Verwirrt von Bilanzen und Buchführung? Keine Sorge! In meinen knackigen Videos auf Poo Education erlebst du die Magie von Rechnungswesen und Betriebswirtschaft. Entfessle dein Verständnis und mach dich bereit für den Erfolg in der Schule. Like mein Video, abonniere jetzt und werde Teil unserer Community. Eine Wertberichtigung ist dann durchzuführen, wenn wir auf folgende Formulierungen stoßen. Beispiel Die Forderung gegenüber XXX ist zweifelhaft. Sie wird als mit 60% einbringlich bewertet. Oder Die voraussichtliche Quote beträgt 40%. Oder Es ist nur mit einem Eingang von 20% zu rechnen. Du siehst bzw. erkennst aus diesen Formulierungen, dass hier noch nichts fix ist. Es ist zweifelhaft. Es ist voraussichtlich. Also hier kann sich alles noch verändern. Anders bei einer Abschreibung. Hier gibt es typische Formulierungen, die lauten zum Beispiel Die Forderung an die H-Glück-OG in Höhe von 3480 Euro ist endgültig vollkommen uneinbringlich. Oder Die Quote von 40% wurde von den Gläubigern angenommen und vom Gericht bestätigt. Hier ist also alles fix. Hier ist nichts mehr wackelig und kein Raum für Spekulationen besteht mehr. Es ist meist bereits vom Gericht bestätigt. In diesem Fall müssen wir eine Abschreibung vornehmen. Schauen wir uns unser Beispiel noch einmal an. Bei der Forderung gegenüber der Hannes-Müller-KG sind 20% eingegangen und jetzt kommt's, der Rest ist vollkommen uneinbringlich. Dieser Sachverhalt ist also klar. Wir müssen in diesem Fall eine Abschreibung durchführen. Daher wichtig, begeh bitte nicht Fehler Nummer 1 und lies dir ja den Text exakt und genau und von mir aus noch mehrmals durch, damit du ja diese Unterscheidung zwischen Wertberichtigung und Abschreibung richtig triffst. Damit kommen wir schon zum zweiten, aber leider auch sehr häufig gemachten Fehler. Es geht um die Quote. Wir lesen ja, 20% sind eingegangen. Eingegangen heißt, das ist die Quote. Und wenn 20% eingegangen sind, dann heißt dies, dass im Umkehrschluss 80% verloren sind. Hier endgültig uneinbringlich verloren. Und diese 80%, die sind nun abzuschreiben. Wie gehen wir da nun vor? Die Forderung, die belief sich grundsätzlich auf 7200 Euro. 7200 Euro mal 0,80, das entspricht eben den 80%, die verloren sind. 20% sind ja bereits eingegangen. Dann errechnet sich ein Betrag von 5760 Euro. Nun musst du allerdings beachten, dass in diesem Anteil noch die Umsatzsteuer enthalten ist, die du nun herausrechnen musst. Wie geht das? Du dividierst einfach die 5760 Euro durch 1,20. 1,20 deshalb, weil die Forderung ja 20% Umsatzsteuer enthält. Bei einem Steuersatz von 13% müsstest du an dieser Stelle durch 1,13 dividieren. Bei einem Steuersatz von 10% durch 1,10. In unserem Fall ergibt die Rechenoperation 5760 Euro durch 1,20 exakt 4200 Euro. Und damit weißt du auch, brutto sind es 5760 Euro, die ich verloren habe, netto 4200 Euro. Und wenn ich nun brutto minus netto rechne, dann ergibt sich ein Steuerbetrag von 1560 Euro. Warum habe ich mir nun den Steuerbetrag herausgerechnet? Ganz einfach. Die Umsatzsteuer muss bei der Abschreibung einer Forderung korrigiert werden. Und damit sind wir bereits bei Fehler 4 angelangt. Wir verlieren ja 5760 Euro der Forderung und darin sind eben 1560 Euro Umsatzsteuer enthalten. Da wir dieses Geld nicht bekommen haben, müssen wir auch keine Umsatzsteuer dafür bezahlen. Wir holen uns also die 1560 Euro vom Finanzamt wieder zurück. Wie geht das? Und damit sind wir schon bei der Buchung angekommen. Wir buchen 7802 Abschreibung von Forderungen 20% mit dem Nettobetrag der Forderung von 4200 Euro. In der Folge buchen wir ebenfalls im Soll 3500 Umsatzsteuer mit den 1560 Euro. Und du weißt, normalerweise bei einem Warenverkauf steht die Umsatzsteuer ja immer im Haben und führt in der Folge zu einer Verbindlichkeit, die wir gegenüber dem Finanzamt haben. Nun erfolgt die Korrektur der Umsatzsteuer und demnach buchen wir die Umsatzsteuer bei diesem Buchungssatz auf der Sollseite. Fehlt noch das Haben-Konto, im Haben steht unser Kunde mit der Nummer 20370, die Hannes Müller KG, mit dem Bruttobetrag von 5760 Euro. Also dem verlorenen Anteil unserer Forderung von 7200 Euro. Fassen wir also die vier am häufigsten gemachten Fehler bei der Forderungsabschreibung noch einmal zusammen. Fehler 1. Es wird nicht richtig unterschieden, ob nun eine Wertberichtigung oder eine Abschreibung ansteht. Fehler Nummer 2. Die Quote. Das wird leider häufig verwechselt. Beachte, Quote ist das, was du bekommst. Hier 20%. Im Umkehrschluss verlierst du den Rest. Hier also 80%. Dann musst du wissen, du musst bei der Verbuchung der Abschreibung die Umsatzsteuer korrigieren und diese meist auch noch berechnen. Damit sind wir schon bei Fehler Nummer 3 angelangt. Du gelangst zum Nettobetrag, indem du den Bruttobetrag durch 1, und jetzt dem Steuersatz dividierst. Im Falle von 20% Umsatzsteuer musst du den Bruttobetrag durch 1,20 oder eben 1,2 dividieren. Vierte Fehlerquelle. Die richtige Verbuchung der Abschreibung. Hier ist es wichtig, dass du das richtige Konto erwischst. Nicht wie bei der Einzelwertberichtigung, das Konto 7806 ist gefragt, sondern das Konto mit der Nummer 7802, lautend auf Abschreibung von Forderungen 20%. Hier buchst du im Soll des Kontos den Nettobetrag. Dann musst du die Umsatzsteuer korrigieren. Dies erreichst du eben mit der Umsatzsteuer im Soll, mit dem Steuerbetrag. Und dann eben im Haben das Konto des Kunden. Hier der Hannes Müller KG mit dem Bruttobetrag. Ich weiß, du bist es gewöhnt, dass das Konto 3500 Umsatzsteuer auf der Haben-Seite gebucht wird. Aber du weißt ja, hier handelt es sich um eine Korrektur der Umsatzsteuer. Damit steht das Umsatzsteuerkonto in diesem Buchungssatz auf der Soll-Seite. Und komm ja nicht auf die Idee, dass du hier das Konto 2500 Vorsteuer verwendest. Ich weiß, dieses Konto steht normalerweise auf der Soll-Seite. Aber das hat hier in diesem Buchungssatz nichts verloren. Was an dieser Stelle jetzt mich brennend interessiert, wie geht es dir beim Thema Forderungsbewertung? Schreib mir bitte in die Kommentare, was du gut oder vielleicht noch nicht so gut verstanden hast. Schreib mir auch bitte in die Kommentare, welche Infos dir noch fehlen und welche Fragen noch offen geblieben sind. All dies interessiert mich wie gesagt brennend und ich würde mich über Kommentare von dir sehr freuen. Vergiss bitte auch nicht, das Video zu liken und lass gerne auch ein Abo da, damit du künftig kein neues Video mehr versäumst. Für heute sage ich danke fürs Zusehen, haben noch einen schönen Tag. Wir sehen uns sicher ganz bald wieder beim nächsten Video. Ciao! Ciao!